Ja, also wir feiern heute hier den Unabhängigkeitstag Albaniens. Der ist zwar am 28. November, aber wir feiern den heute. Und ich freue mich riesig, dass so viele Albaner hier von ganz Norddeutschland gekommen sind. Und ich freue mich sehr, dass meine Einladung auch Herr Moritz das gefolgt hat und hier bei uns ist. Ich freue mich riesig, dass auch viele Kinder hier mit dabei sind. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Anfang. Und nächstes Jahr werden wir auch was ganz Besonderes machen. Vielen Dank. Ich bin gerne gekommen. Ich bin der Einladung von Herrn Joka gerne gefolgt, weil die albanische Kommunikation in Emshorn wunderbar klappt. Die Albaner haben sich hervorragend in Emshorn integriert, ohne, und das sehen wir hier am vielfältigen Beispiel, ohne ihre eigene Kultur aufzugeben. Und das freut mich so besonders. Ich danke Herrn Joka, weil er sich so engagiert hier in Emshorn, damit die Integration funktioniert. Vielen Dank. Ich bin heute hier gekommen mit Einladung von Herrn Joka. Von Er Rack von in unserer Republik Albanien und wir feiern heute hier zusammen 110 Jahre Unabhängigkeit in der Republik Albanien. Es freut uns sehr, dass wir heute alle Albana hier zusammengekommen sind, hier in Schleswig-Holstein und auch von Hamburg aus.